Wir sind ein aufgestelltes, hilfsbereites Team, das an der Radiologie angegliedert ist. Wir arbeiten alle Hand in Hand zusammen und sind auch jederzeit für einen Spesschen zu haben. Wir erwarten eine motivierte, kommunikative, freundliche Person, die neben den Lungenfunktionstestungen unsere Tatkräftung im Rücken unterstützen kann. Die Haupttätigkeiten von uns in der Pneumologie sind Untersuchungen mit dem Bodyplettysmograph. Wir machen auch Metallcholine-Tests, Phenobestimmung und arterielle Blutgasanalysen. Wenn wir freie Kapazität haben, unterstützen wir das Röntgeteam tagkräftig. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich persönlich kennenlernen dürfen und du in Zukunft unseren Stream unterstützen würdest. Bis zum nächsten Mal.